Die ukrainische Zentralbankchefin Valeria Gontadeva hat ihren Rücktritt eingereicht. Meine Mission ist erfüllt, Reformen werden durchgeführt, so die 52-Jährige. In den vergangenen Jahren habe sie sich erfolgreich um die Stabilisierung des Finanzsystems, die Bereinigung des Bankensektors und den Anstieg der Währungsreserven auf 16 Milliarden Dollar gekümmert. Ihr Wunsch? Die Zentralbank solle unabhängig bleiben von der Politik. Die Vertraute von Präsident Petro Poroschenko hatte die Zentralbank seit Juni 2014 geleitet. Im Lauf der schweren Wirtschaftskrise wurden knapp die Hälfte der einst 180 Banken geschlossen und die größte Bank des Landes verstaatlicht. Die flexibilisierte Landeswährung verlor die Hälfte ihres Wertes. Ein Grund für eine unappetitliche Hasskampagne.